Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 28 von Towns. Ja, sind wir drin in unserem Spiel? Da laufen sie überall, ne? Happiness, 22, ist nicht so dolle. 17 haben wir noch, 7 waren tot. Michael hat da ja geschrieben, dass wir uns darum kümmern sollten, dass wir welche beerdigen können. Da gucken wir gleich mal rein, ob da was passiert ist. Oder, ja, wir haben hier Stellen auf jeden Fall, wo 3, 4, 5, 6, 7, die 7 können wir beerdigen. Und er meinte auch, wir sollten Reserve machen. Habe ich schon Reserve angelegt? Ne, ne? Ne. Vielleicht machen wir das mal gerade. Deko, da, da. Und eins geht natürlich nicht, ist auch klar. Drei, vier, ja, lassen wir erst mal so, dann haben wir noch vier in Reserve. Gut, äh, gucken wir wieder hoch. Was ist hier los? Okay, hier muss noch das holzmäßig gemacht werden. Wie sieht's überhaupt mit Essen aus? Rot, eins vorrätig, aber Äpfel und Viren reichlich. Hm. Was wir ja machen könnten, das wäre auch sowas hier, ne? Dann müssten sie das doch auch abgeerntet werden. Naja, machen sie auch. Wäre, glaub, sinnig, wenn wir das mal einmal abernten. Und wir können die Stufe schneller stellen. Ja, jetzt machen sie es alle wohl. Sollte es mit dem Getreide auch besser laufen. Brot. Wie war da irgendwo ein Lager? Da ist es. Vierer, okay. Jetzt hier oben auch Steine nicht. Holz. Täuscht nur, ne? Der ist nicht höher, sondern der ist da in der Ecke und hier rundherum fehlen welche. Ja. Gut. Sollte funktionieren. Da oben blinkt alles. Ist aber nix. Ein paar Tiro da ist. Okay, das war wohl schon der erste Geist. Gut, was machen wir hier? Nix. Achso, da war irgendwo einer reingesetzt und da auch einer. So, Getreide ist schon abgeerntet und schon wieder Neues gewachsen. So. Vier Brote, sonst nix. Mehl wird gemahlen. Da läuft einer oben lang. Warum, wieso, weiß keiner. Hat er da einen reingesetzt. Könnte auch sein. Holz ist da. Wie sieht es mit Steinen aus? Ist auch im Lager. Oh, guck, da kommt schon ein Dach. Gut. Ja, dann wird das wahrscheinlich hier gleich zugemacht, oder? Nee, bei einer anderen Stelle. Sieht es mit Brot aus. Fünfe drinne. Und noch vier, die essen gerade. Ist gerade Mittag. Tja. Damit wird wieder ein Brot gebacken. Wird auch gleich reingelegt. Fünf, da kommt der sechste. Fünf, vier, fünf. Produktion läuft. Wenn wir immer so fünf auf Vorrat haben, ist das ja auch alles prima, ne? Fünf, da kommt wieder ein Fünferbrot. Sechs. Fünf. Vier. Hier fehlt auch noch ein Ofen. Ist die Frage, wann der gemacht wird, ne? Dach läuft noch nicht. Ah, hier ist der Einraum zu. Oder gut, hier vorne, was hingemacht. Ach so, dieser Vorsprung war für eine Treppe, glaubt, ne? Okay. Ach, da liegt noch ein Held. Ja, die anderen werden auch nicht weggebracht, ne? Kann das sein? Oh, guck mal, da haben wir jetzt schon den Hero. Ghost of Past Hero. Wie sieht es hier aus? Noch keiner hingebaut worden. Hm. Nicht schön, ne? Jetzt einer vorbeikommt, der kriegt von dem dann noch einen auf der Mütze. Haben wir dann eigentlich alle ausgerüstet? Sieht so aus. Passen die alle auf einer Seite? Sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, nee, dreizehn. Da muss doch auch noch hier... Ach so. Zugeteilte. Alles klar. Passt das, ja? Oh, der wird schon gekämpft. Der wurde... Aber... geschlagen. Zum Glück. Sieht unten aus. Aber nicht so rosig, ne? Wenn da wieder ein Held kommt, der kann da unten ja mal aufräumen dann. Aber der liegt jetzt gerade hier, ne? Hm, hm, hm. Ja, hier ist noch nicht fertig. Vier, fünf. Oh, da kommt gerade wieder einer. Also nur noch vier. Und das Dach. Oh, ist auch einen weiter. Also eins. Zwei wohl noch. Ich glaube, ich könnte rein terroristisch die erste Reihe auch noch machen. Und das war... Wo war denn das? Da. Dort. Dort. Gut. Da kommen auch gerade ganz viele... Steine für das. Eins, wenn sie ist happiness. Da kommt wieder ein Dachstück. Wo kommt das hin? Da vorne. Gut. Hier kommt ein nächster Holz. Fehlt da nur eins. Dann ist die Holzgeschichte da auch. Erstmal vorbei. Okay. Einer hat wieder einen Stein geholt. Bastelt gerade was. Und was kommt raus? Eine Kerze. Auch interessant. Wo bringt er dir hin? Das würde mich ja noch interessieren, ne? Geht er woanders runter? Ah ja, hier hinten. Oh, guck mal. Hier wird Licht gemacht. Ja, wir hoffen, dass durchs Licht auch hier die Happiness steigt, ne? Da kommt ein Dach. Ah, sind nicht mehr ganz viele. Dann ist es zu. Vier Stück. Das hat schon geklappt. Da kommt wieder ein Teil. Ach, da ist schon eins unterwegs. Dann kommen schon zwei Teile. Okay. Gut, das Loch ist schon mal zu. Und es fehlen nur noch zwei Teile am Rand. Ja. Auch gut. Wie sieht es mit Essen aus? Vier Brote sind vorhanden. Und es wird immer schön gegessen. Aber es wird auch nachgebacken. So, die nächste Person steckt da gleich wieder eins rein. Dann haben wir wieder fünf. Aber es kommen welche und essen. Vier. Okay, das Dach ist da und das Dach ist fertig. Gut, haben wir das auch geschafft. Dann können hier die Türen gemacht werden, denke ich mal. Und ja, keine Ahnung, wo dann weiter geht. Die Kerzen sind natürlich auch noch in der Sachlage, ist klar. Ist aber hier noch keine zugekommen. Die zwei waren eben schon. Aber es sind genug Kerzen, die aufgestellt werden können. Ja, müssen wir nur aufpassen, dass nicht so ein Ghost of the Past Hero wiederkommen. Einmal hier reingeguckt beim Essen. Drei Äpfel, vier Birnen. Das ist ein bisschen wenig. Da wollen wir doch mal gleich hier Hand anlegen. Ups, das ist ausgegangen, weil ich die Shift-Taste nicht gedrückt habe. Gut, passt. Ah, wird auch da geerntet. Da kommen wir dann... Dann richtig, ne? So, jetzt wird alles abgeerntet. Da ist einer Brot. Wie glauben wir noch? Sechser, gut. Fünf. Läuft alles. Da lief gerade jemand nach hier hinten. Ja, wohin? Ah ja, da, eine Kerze läuft da, glaube ich, mit. Ja. Da fehlt auch noch eine Tür. Ja, geht voran, sag ich mal, ne? Aber Happiness geht nicht voran. Auch schade. Das müssen wir mal abmeinen hier. Und das auch. Na, komm, schon weiter runter. So. Gut. Rote Wügel sind drinne. Drei. Okay, ist gerade ein bisschen mager. Lägt aber wahrscheinlich dran, dass ich die alle zum Ernten geschickt habe, ne? Und ist noch nicht mal geerntet. Wo sind sie denn hier oben alle dann? Ah ja. Hier liegen ganz viele schicke. Mein. Und 17 Happiness fällt. Das ist nicht gut. Gut, hier wird ja produziert. Dann besser, weil jetzt ein Dach drauf ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Fünf Rote drinne. Nur noch vier. Drei. Irgendwann hätte ich immer das Brot hier neben den Ofen. Ich weiß gar nicht, warum. Naja, passt schon. Gut. Was haben wir sonst noch? Ist da hinten schon jemand beerdigt worden jetzt mittlerweile? Ja, da. Steht da. Dann geht das ja auch voran in dem Sinne. Gut. Obst ist geerntet. Wie sieht es mit dem Getreide aus? Sind sie wahrscheinlich gerade dabei? Sieht auch so aus, genau. Ah, da werden auch noch Pirnen geerntet. Dann sind sie noch nicht alle fertig. Aber läuft hier auch. Gut. Es ist nur noch ein Brot jetzt da. Wir waren zu lange ernten, ne? Deswegen hat es mit dem Backen nicht so geklappt. Aber es sind noch zwei da. Es musste keiner hungern in der Zeit. Das ist ja auch okay. Rotiertüren mäßige Pult. Da war ich jetzt nicht sicher. Stand da schon immer einer oder ist die gekommen? Da fehlt auf jeden Fall einer. Sieht eigentlich gut aus. Hier unten nochmal rein. Eine Beerdigung hat stattgefunden. Ja, dann würde ich aber erst mal sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.